Guten Nachmittag. Also ich habe heute die Nachrichten gehört, wie ich das immer so mache und da ist doch nicht zu fassen. Da kam doch tatsächlich, da hat jemand ein Plakat gemacht, ein Bauer oder jedenfalls ein guter Mensch. Und der hat Habeck und die Grünen beleidigt. Worum geht es? Also es geht hier um solche Plakate. Er hat die auf die Schippe genommen. Wir machen alles platt und kann ja überhaupt bis drei zählen. Und solche Sachen hat er da in seinem Garten aufgestellt, glaube ich. Also das ist ja wohl ein Ding. Also wenn ich mir sowas angucke und mir dann andererseits angucke, nie wieder und nie wieder dies, nie wieder das und ich weiß nicht, ob die das überhaupt wissen, was nie wieder alles bedeuten soll und so weiter. Dann sage ich doch, dann machen wir ein anständiges Plakat. Mein Gott, nie wieder, nie wieder. Wir machen alles platt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Entweder wir wollen nicht wieder, dass die alles platt machen oder wir können auch sagen, nie wieder, dass solche Plakate aufgehängt werden. Und das Letztere ist wohl das eindeutig Bessere für diesen Staat. Also solche Plakate darf man auch nicht aufhängen. Und deswegen habe ich mein Video dementsprechend auch so genannt. Nie wieder dies. Und dann soll sich jeder was rausnehmen. Wenn die anderen nie wieder schreien, schreien wir auch nie wieder. Peng. Und da kann sich jeder was dabei entnehmen, was er machen will oder wofür er steht. Nie wieder, wir machen alles platt. Nie wieder, dass Habeck bis drei zählen kann oder was auch immer. Leute, ich kann nur sagen, macht was. Macht was. Das ist kein Nachtrag für das Buch, aber ich nehme das natürlich wie immer, die Werbung fürs Buch, ganz einfach, damit ich keine Werbung draufgeschaltet bekomme. Ich wurde ja schon wieder nachträglich gesperrt und ich weiß immer nicht warum. Egal. Das hat Methode. Das hat irgendwie, ja, weiß der Kugel was. Egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir was tun. Dann nehmt das. Ich werde es wahrscheinlich wegen der Farbgestaltung auch höchstwahrscheinlich auf Info-K hochladen, sodass man genau die richtigen Rot, Blau und Weiß, die richtigen echten Farben dafür hat, sodass das auch entsprechend zuzuordnen ist. So, dann ran. Leute, macht was, aber macht's gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.